Nach durchaus zwei sehr anstrengenden Jahren, wer hätte damit gerechnet, dass 2022 nochmal so ein anstrengendes Jahr wird. Es ist viel passiert, viel vor allem Schlechtes passiert, wenn man so bedenkt. Corona hat uns natürlich begleitet, der Krieg, den Russland angezettelt hat, die steigenden Energiepreise, die Inflation und, und, und. Es gibt genug Gründe, um sich schlecht zu fühlen, um quasi auch Angst zu haben vielleicht vor der Zukunft und ähnliches. Aber zum Glück gab es auch dieses Jahr ein paar Sachen, die uns davon ablenken konnten. Natürlich nicht komplett, weil aus dem Blick kann man es fast nicht verlieren. Aber natürlich gab es durchaus Unterhaltungsmedien, die uns einfach dafür gesorgt haben, dass wir das Ganze ein bisschen vergessen. Und ich dachte mir, ich möchte jetzt nicht einen Jahresrückblick machen über die schlechten Sachen, sondern eher über die positiven Dinge. Vielleicht die Sachen, die mich dieses Jahr einfach geprägt haben, die ich cool fand, die ich euch einfach mitgeben möchte ein bisschen, falls ihr da auch Interesse daran habt. Deswegen gibt es so einen kleinen persönlichen Jahresrückblick 2022, wo ich euch ein paar Sachen empfehlen möchte, die ich so über dieses Jahr für mich entdeckt habe und die ich so zum Beispiel gezockt habe. Eine Sache, mit der ich anfangen möchte, ist YouTube und das Thema YouTube also nicht wegen mir selbst jetzt, sondern eher mit dem Thema, was ich mir so anschaue auf YouTube. Denn ich bin jemand, der sehr viel YouTube schaue, also auch die letzten, naja, eineinhalb, zwei Wochen, wo ich krank war mit Corona, entsprechend habe ich sehr viel die Zeit genutzt, um YouTube-Videos zu schauen. Irgendwann war es auch ein bisschen dann vorbei mit dem, was ich mir eigentlich noch anschauen soll. Aber es gibt halt so meine Haupt-YouTuber, sag ich mal, die ich sehr viel schaue. Also Space Rocks zum Beispiel, Sturmwürfel, also Freddy, Rob Bubble und, 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 und. Also es gibt sehr viele YouTuber, die ich sehr gerne schaue, sehr oft schaue, ein Jack Frex zum Beispiel. Und es gibt tatsächlich aber auch einiges, das ich dieses Jahr neu entdeckt habe für mich, beziehungsweise auch, ja, die, wo ich bestimmte Videos für mich entdeckt habe, sag ich mal, in die Richtung. Also eins der Sachen, die ich definitiv als absolutes Ober-Highlight, was YouTube betrifft, für mich, ja, dieses Jahr war, es sind einfach die Tulim Bam Haupt-Videos. Also er hat ja mal angekündigt, er hört eigentlich auf, weil das Ganze ein bisschen Dimensionen annimmt, die nicht mehr, ja, nicht mehr tragbar sind in die Richtung. Und hat dann aber dieses Jahr tatsächlich nochmal das zweite Haupt-Video quasi rausgeschmissen, nämlich die letzten Songs aus der Bohne. Entsprechend auch hier drei Videos produziert, plus jetzt auch noch zwei Spin-Offs. Und das Ding ist riesengroß und richtig geil gemacht. Also für einen Kurzfilm auf YouTube, sag ich mal, ist das qualitativ wirklich auf einem Level, wo ich sag, Hut ab. Also das hat so fast schon Film-Niveau oder zumindest Serien-Niveau auf jeden Fall so richtig gut gemacht. Vor allem, wenn man auch bedenkt, ich folge Julian, glaube ich, seitdem er so ein bisschen bekannt ist eigentlich. Und was Tudor und sein Team auf die Beine stellen, vor allem auch qualitativ auf der Seite, was da für Verbesserungen drin sind, wie die Effekte besser aussehen, wie auch das Storytelling besser ist, wie die Charaktere, die schauspielerische Leistung und so weiter und so fort. Also das, alles, was sie da geleistet haben die letzten Jahre und eben, was sie immer dazugelernt haben, merkt man einfach gerade bei diesen letzten Videos enorm und die sind richtig geil. Ich weiß natürlich nicht Humor, mit dem jeder was anfangen kann, auch inhaltlich nicht das, womit jeder was anfangen kann. Aber einfach vom Prinzip her, von der Qualität, von der Produktionsqualität, auch von den Songs, die dahinter sind, von dem ganzen Audio-Design und so weiter. Also das ist so übertrieben krass, was die Leute da auf die Beine gestellt haben. Und allein die Tatsache, dass da so Feature-Gäste wie Mark Forstets drin sind oder so, ist halt schon richtig krass und zeigt, wie groß dieses Projekt auch ist und wie viel dahinter steckt und wie geil das auch irgendwie ist unterm Strich. Und ich finde das richtig großartig, ich hatte richtig Spaß beim Anschauen dieser Videos und kann mir die auch immer wieder anschauen. Vor allem, wenn man es eben auch ein bisschen vergleicht mit dem, was halt früher war. Also so die Anfänge von diesen Videos, die auch schon krass waren, aber die halt jetzt nicht auf dem Level sind, wie das die aktuellen Videos sind. Und es sollen tatsächlich ja noch weitere drei Videos, eigentlich fünf Videos folgen, weil zwei Spin-Offs fehlen noch von zwei quasi dieser Hauptcharaktere, sag ich mal, in die Richtung, um die es in der Story geht. Und dann entsprechend noch quasi das letzte Hauptvideo, das auch nochmal drei Teile sein werden. Ich bin gespannt, ob am Schluss dann tatsächlich die letzten Videos dann eine Stunde lang sind, weil ich traue ihnen das zu. Aber ich finde es halt richtig cool, dass sie diese, das haben die Möglichkeit, das auf YouTube zu produzieren. Das wird mir enorm schwerfallen, sag ich mal, wenn sie damit dann aufhören, wenn er dann wirklich damit aufhört, wie er schon angekündigt hat. Und ja, das ist halt so eine Sache. Aber die fand ich richtig krass, richtig cool. Die kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Ich verlinke euch auf jeden Fall das Unterhalb. Solltet ihr sie noch nicht gesehen haben, schaut es euch an, ich finde es richtig cool. Dann natürlich, wie gesagt, es gibt halt YouTuber, die ich sehr gerne schaue, wie Annette Lack zum Beispiel. Ist für mich eine YouTuberin oder ja, ich weiß nicht, ist hauptsächlich Streamerin natürlich. Aber die Sachen, die sie auf YouTube macht, sind auch so unfassbar gut. Und ich mag ihren Humor. Ich finde es einfach lustig und unterhaltsam, diese Videos zu schauen, weil es einfach komplett abgedreht ist. Es ist immer Chaos. Es ist immer alles irgendwie scheiße und trotzdem irgendwie cool zum Anschauen. Allein Vlogs darüber, wie sie für den Kalender shootet und so. Und auf einmal bedenkt, wie krass das ist, was sie da macht zum Teil. Was für Kostüme dahinter stecken. Wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber trotzdem eben mit diesem Humor dabei. Immer mit diesem absoluten Chaos auch dabei. Und ich feiere die Videos auch richtig krass. Also ich folge ihr ja auch schon länger. Und entsprechend feiere ich die Videos einfach richtig krass von ihr. Wenn ich jetzt auch nicht zu der Stream zuschauer bin, aber die Videos gefallen mir. Und ein YouTuber tatsächlich, den ich neu entdeckt habe, den ich auch definitiv noch erwähnen möchte, ist Ballandor. Das ist ein YouTube-Kanal, der kümmert sich so ein bisschen mehr um die Mario Kart Switch-Richtung. In die, sag ich mal, in die Richtung, ist eher so Nintendo-Ecke. Aber er hat zwischendurch ein paar sehr interessante Videos gemacht, nämlich zum Thema Gaming-Journalismus. Ein Thema, das mich auch schon seit Jahren ein bisschen beschäftigt. Und das mich auch vor allem, das die letzten eineinhalb Jahre ein bisschen sehr aufgeregt hat auch. Weil halt die Qualität einfach irrsinnig nachlässt. Weil einfach das Thema, ja, Clickbait natürlich absolut im Raum stellen, alles überschattet irgendwie gefühlt. Und es passt einfach irgendwie, ja, hint und vorn, finde ich, Spielejournalismus geht richtig den Bach runter. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber sehr viel ist halt Einheitsbrei, schnell rausballern. Und da gab es ein paar interessante Videos und vor allem hat er auch dadurch eine Videoserie, Articulus Absurdum, quasi, ja, gegründet oder eingeführt. Wo er so ein bisschen mit sehr viel Humor auch die ganzen Sachen bearbeitet. Artikel, die eben ein bisschen komisch sind, die vielleicht auch ein paar, ja, einfach Hintergrund brauchen oder so. Wie zum Beispiel Spieletipps oder Giga, die absoluten Müll teilweise produzieren. Könnt ihr fassen, dass Domtendo auf den Super Mario Bros. Film reagiert hat? Ich war jedenfalls geschockt. What? Ja, mach darüber mal einen Artikel, Gamezone. Ich hab richtig Angst, dass der Sch*** wird, begann Domtendo seine Live-Übertragung. Das Fact-checken wir doch direkt mal. Guys, wir leben in wilden Zeiten. Ich erwarte eine Korrektur. Und die finde ich unfassbar unterhaltsam, die Videos. Es ist aber ein eher kleiner YouTuber, mit, ich glaube, aktuell ca. 20.000 Abonnenten, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich sehe, das ist angeblendet, wie viele es aktuell sind. Und das steigt natürlich, aber entsprechend, ja, ist das halt ein YouTuber, der nicht so groß ist. Die anderen beiden sind dann doch sehr groß, die ich jetzt genannt habe. Und wie gesagt, es gibt unfassbar viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde es eigentlich fast ein bisschen schade, dass es keine Art Jahresrückblick bei YouTube gibt. Da würde mir das ein bisschen helfen, auch zu sehen, was ich so gesehen habe die letzten Jahre. Aber es sind halt viele YouTuber dabei, die ich schon jahrelang folge, sag ich mal. Und eben auch ein paar, die ich neu dazugewonnen habe und die ich halt richtig cool finde. Und das wollte ich einfach nur quasi so ein bisschen mitgeben. Dann gehen wir vielleicht so ein bisschen auf den Games-Aspekt ein. Denn es gab tatsächlich dieses Jahr gar nicht so viel, was ich krass gezockt habe. Also ich habe viele Spiele gespielt, die tatsächlich auch schon ein bisschen älter sind. Also zum Beispiel den Anfang des Jahres. Ich habe heute kam eine Mail mit dem Steam-Jahresrückblick. Da habe ich so ein bisschen gesehen, was ich gespielt habe. Auf Steam zumindest. Und da war halt zum Beispiel der Landwirtschafts-Simulator 22 dabei. Das ist so ein Ding, das habe ich gerade Anfang des Jahres krass viel mit einem Freund gezockt. Mit dem ich auch generell sonst ein paar Spiele wie Satisfactory, Factorio gespielt habe. Da haben wir sehr viel Zeit drin verbracht in diesen Spielen auf jeden Fall. Haben richtig Spaß gemacht oder machen richtig Spaß auf jeden Fall. Habe dann aber aufgrund der Tatsache, dass ich einfach eher andere Pläne hatte. Und dann weniger Zeit zum Zocken hatte oder gar keine Zeit mehr zum Zocken hatte momentan. Habe da die Sachen weniger liegen gelassen. Ich habe natürlich ansonsten sehr viel City Skylines gespielt dieses Jahr. Auch ein Spieler, der schon uralt ist eigentlich, wenn man es so nimmt. Aber gerade durch das Let's Play habe ich sehr viel gespielt. Neu dazugewonnen sind so Banished-Like-Games sind dazugekommen. The Fathers Frontier, das Settlement Survivor. Das sind auch zwei so Spiele, die ich sehr viel gespielt habe. Einfach weil ich halt dieses Banished-Like-Setting sehr, sehr mag, muss ich sagen. Also diese Banished-Spiele. Wenn man bedenkt, From Software hat quasi ein neues Subgenre, der Souls-Like-Games erschaffen hat. Hat Banished quasi so ein Spiel. So ein Subgenre eben von Banished-Like-Games geschaffen. Ein sehr kleines Indie-Spiel eigentlich, das so eine Auswirkung hat. Und so viele Ableger mittlerweile quasi, die ähnlich sein wollen. Und wo das zu sein wollen wird Banished, sind dadurch hervorgekommen, sage ich mal. Und das ist halt schon, sind coole Spiele. Ich mag dieses Spielprinzip einfach sehr. Deswegen habe ich da auch sehr viel Zeit in solchen Spielen verbracht, die neu herausgekommen sind. Ansonsten ja, Captain of Industry ist so ein Spiel. Das hat mir auch sehr, sehr gefallen. So ein bisschen Automatisierung. Ich habe ja gesagt, Faktorio, Satisfactory. Ich stehe einfach auf dieses Automatisierung irgendwie in die Richtung. Und entsprechend ist auch Captain of Industry da so ein Thema für mich gewesen. Ansonsten als offensichtliche, die großen Spiele natürlich an Need for Speed anbauen, dass ich ja aktuell immer noch zocke im Let's Play, auch am Kanal. Das natürlich auch sehr cool war. Und durchaus ein so ein Hoffnungsschimmer auf dem Need for Speed Himmel, sage ich mal. Dass wir auch vielleicht die nächsten Jahre da ein bisschen wieder gute Spiele bekommen. Schauen wir mal, ob es so ist. Call of Duty Modern Warfare 2 habe ich auch viel gespielt die letzten Wochen. Einfach weil, ja, es doch ein geiles Spiel ist. Auch wenn es total verpackt ist und eigentlich eine freche, dass dieses Ding so viel Geld kostet, dass es so einen In-Game-Shop gibt, der unfassbar viel Geld kostet. Aber auch der Gratis-Ableger war es in 2.0, aber auch eben bei Multiplayer von Modern Warfare. Es macht durchaus Spaß. Das kann man im Ganzen nicht absprechen, finde ich. Und entsprechend, ja, habe ich das auch sehr viel gespielt. Ansonsten, ja, in meinem Simracing wollte ich mich eigentlich dieses Jahr sehr viel mehr beschäftigen. Ich habe mir ein Lenkrad geholt, so ein kleines aufklappbares Cockpit quasi, wo ich das Lenkrad drauf montieren kann. Haben jetzt auch noch eine Halterung für Monat geholt, damit ich den Monitor schön hinstellen kann. Also habe jetzt ein gutes Simracing-Setup, sage ich mal, in die Richtung, wo ich aber jetzt, wie gesagt, leider nicht so viel Zeit hatte zum Selbstzocken. Aber ich habe es auf jeden Fall vor, da wieder mehr zu machen oder mehr zu machen im neuen Jahr dann. Vor allem auch mit der Setter Corsa zum Beispiel. Da habe ich ja auch die Videos gemacht über das Shotoku Revival Project zum Beispiel, das ja auch richtig cool ist und das ich unbedingt machen wollte, das Video, weil ich einfach diesen Mod so krass finde. Und einfach die Tatsache, dass es so viel geht. Und ich weiß, ich habe gesagt, ich mache auch noch ein Tutorial zur Setter Corsa, ist bisher nicht passiert. Einfach zeitlich, sage ich mal, ist ja sehr wenig, ja, einfach Zeit gewesen für den Spaß. Ansonsten, ja, Spiele an sich, wie gesagt, waren jetzt gar nicht so viele krasse Neuerungen dabei. Aber eine technische Neuerung oder beziehungsweise eine, ja, Spiel-Engine, nenne ich sie jetzt einfach mal, die andere Engine 5 ist so ein Ding, mit dem habe ich mich sehr viel beschäftigt dieses Jahr, einfach weil ich großes Interesse daran hatte, das ein bisschen auszuprobieren, auch zu schauen, was so technisch möglich ist und finde es unfassbar cool, was mit so einer Engine alles geht und was dieses Ding, zu was das alles in der Lage ist und habe ja auch ein eigenes Video gemacht, das mir auch sehr am Herzen gelegen ist dieses Jahr, weil ich das richtig cool fand und weil ich das richtig interessant fand. Und entsprechend, ja, das war so eine Sache, die mich auch begleitet hat. So generell einfach dieses nach vorne blicken, was so technisch vielleicht ein paar Jahre möglich ist, auch wenn wir gerade merken, die PS5 und Xbox Series Konsolen sind schon wieder absolut am Limit eigentlich, mit teilweise 30 FPS bei vielen Spielen, weil einfach mehr nicht drin ist, bei einer höheren Auflösung. Also wir merken, da ist definitiv Luft nach oben und ich bin gespannt, wo das auch hingeht die nächsten Jahre noch. Ansonsten, ja, was war so, sag ich mal, Persönliches ein bisschen, um da auch vielleicht drauf einzugehen. Ich habe ja schon erwähnt, ein paar Videos wollte ich auch mitmachen, das Unreal Engine Video, das Shutoku Revival Project, das City Skylands LP, auf das ich richtig Bock hatte, oder auch das Unbound Let's Play, wobei die letzten Folgen ein bisschen, ja, schon ein bisschen fad wurden, so, weil es doch sehr repetitiv ist irgendwie. Aber ansonsten trotzdem hatte ich Bock drauf. Ich weiß, es sind auf dem Kanal nicht mehr viele Leute da, die schon mal vor einigen Jahren noch da waren, sag ich mal, die gerade wegen der GTA-Videos abonniert haben und Ähnliches. Ich weiß, dass da sehr viele Leute das nicht schauen, was ich aktuell mache. Ich finde es trotzdem cool, dass ein paar wenige von euch da geblieben sind, immer noch zuschauen, weil ich das einfach cool finde, dass ich zumindest für ein paar Leute Content mache, auch wenn es nicht viele sind, die es noch sehen, aber entsprechend gibt es trotzdem ein paar, die gerne zuschauen, was ich sehr cool finde. Auch, dass ich auch so ein bisschen, ja, Wechselwirkung habe, was den Inhalt betrifft, die Zeitpunkte des Uploads und so weiter und so fort. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben fürs nächste Jahr, sage ich aber jedes Jahr, glaube ich, gefühlt. YouTube ist halt trotzdem für mich ein Hobby. Ich orientiere mich da einfach an dem, wie ich Zeit habe, wie ich auch Bock habe, wie ich auch merke, dass es ankommt, wenn ich einfach merke, die letzten fünf Videos sind alle, keine 100 Views, dann habe ich halt irgendwann auch einfach keinen Bock mehr, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Und nachdem es ein Hobby ist, mit dem ich jetzt wieder eine Miete zahlen muss, noch Ähnliches, brauche ich auch. Jetzt habe ich keinen richtigen Druck, was manchmal auch negativ ist, keine Frage. Also manchmal wäre es, glaube ich, ganz gut, so ein bisschen Druck dahinter zu haben, zu sagen, okay, man müsste jetzt auch mal was machen. Dann würde ich auch vielleicht die Videos, die ich lange schon geplant habe und Ideen, die ich im Kopf habe, dann würde ich die vielleicht auch immer umsetzen. Aber ja, dadurch ist es halt so ein bisschen zäh, sage ich mal, was auf dem Kanal abgeht. Aber alles in allem, ja, habe ich ein paar coole Sachen gemacht. Den Podcast habe ich leider eingestellt, einfach aus Zeitgründen und einfach auch aufgrund der Reichweite, sage ich mal, in die Richtung. War ein cooles Projekt. Ich habe mir aber ein bisschen zu viel vorgenommen, indem ich dann wieder zwischendurch Videos gemacht habe und nicht so ganz wusste, wo ich eigentlich hin will mit dem ganzen Projekt. Und da sehr viel herum experimentiert habe, wo ich dann irgendwann beschlossen habe, okay, das macht irgendwie nicht viel Sinn mehr. Generell, ich glaube, ein Thema, was, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mir geht es so, dieses Jahr kommt mir vor, oder die letzten drei Jahre auf jeden Fall kommen mir vor, sind wie im Flug vergangen. Also es ist unfassbar, dass wir schon wieder Ende Dezember haben, dass das Jahr quasi rum ist, das nächste Jahr schon wieder da steht. Mir kommt es vor wie gestern, dass ich, ja, diverse andere Dinge getan habe. Aber sowohl bei Spielen habe ich mir gedacht, ey, die habe ich im Januar gezockt laut Steam, wo ich mir denke, das ist doch noch keine drei Monate her, dass ich die gespielt habe. Aber laut Steam habe ich die tatsächlich im Januar und Februar gezockt, wo ich mir denke, ey, heftig. Also Lost Ark zum Beispiel ist so ein Spiel, das habe ich dieses Jahr auf der Liste vergessen. Das habe ich angefangen mit einem Kumpel gemeinsam und entsprechend, das habe ich tatsächlich im Februar und am meisten gezockt, wo ich mir denke, Alter, das ist schon so lange wieder her. Also das ist wirklich krass, wie die Zeit vergeht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird immer schlimmer so in die Richtung, dass man die Tage so abspult und irgendwie zu nichts kommt in die Richtung. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das fällt mir schon ein bisschen auf, wo ich mir denke, gerade mit Corona natürlich und dem ganzen Drumherum, es ist alles sehr schnelllebig, es geht alles extrem schnell die Zeit voran. Und da denkt man sich, eigentlich hatte ich noch gestern vor, ein Video zu machen und gefühlt eine Woche spät ist es eh irrelevant und hat man wieder keine Zeit und ähnliches. Also das ist schon, ja, finde ich irgendwie echt heftig, muss ich sagen. Und vor allem, ich bin jemand, der dann halt doch ein paar andere Hobbys hat. Also entsprechend ist YouTube dann für mich einfach auch teilweise hinten angestellt. Ich programmiere ja nebenbei auch ein bisschen so webmäßig, mein eigenes Projekt in die Richtung, wo ich auch sehr viel dieses Jahr weiterentwickelt habe, weil ich es einfach Interesse daran hatte, weil ich es einfach cool finde, weil es einfach so ein Ding ist, dass es manchmal nebenbei einfach geht und halt einfach gern code. Entsprechend macht das schon durchaus Spaß. Und natürlich auch selbst zocken, diverse Sachen. Ich habe mir auch vorgenommen, ich hatte so viele Ideen dieses Jahr, was ich umsetzen möchte. So ein Freund hat mich vor kurzem gefragt, ob wir nicht gemeinsam streamen wollen, mal in die Richtung. Und ich habe gesagt, ja, kein Thema, warum auch nicht, hätte ich Bock drauf. Aber irgendwie ist es bisher nicht passiert, weil wir entweder beide nicht so richtig die Zeit finden, uns da zu beraten, wie wir das denn angehen wollen in Wirklichkeit. Aber auch einfach, weil ich merke, die Zeit ist so knapp. Also für mich ist dreimal die Woche Fitnesscenter angesagt, zweimal davon am Abend unter der Woche. Das heißt entsprechend fallen da schon mal zwei Abende weg. Dann habe ich manchmal das Thema, dass ich abends arbeiten muss oder sowas in die Richtung, dass man einfach auch manchmal einfach keinen Bock hat. Dann hat man irgendwelche Hausarbeiten zu tun, muss einkaufen, muss das machen, trifft auch noch Freunde irgendwo, will auch einfach manchmal nur auf der Couch chillen oder entsprechend zocken vor dem PC oder so. Also entsprechend merke ich einfach, das ist schon ein bisschen knapp alles. Wobei mich tatsächlich natürlich interessieren würde, so ein bisschen Streaming würde natürlich eh zum Zocken reinpassen. Wenn man da mit Freunden gemeinsam spielt, glaube ich, könnte ich mir das geil vorstellen. Vor allem, weil ich auch so einen riesen Pile of Shame an Games habe. Also Witcher zum Beispiel ist so ein Thema, Witcher 3 würde ich echt gerne spielformen jetzt mit der neuen Version. Aber die Zeit irgendwie so. Und da denke ich mir, das würde sich halt gut auch anpassen, dass man es im Stream vielleicht macht. Also einer meiner Pläne für nächstes Jahr ist, auf jeden Fall ab und an mal auf Twitch Stream oder auch auf YouTube. Muss ich mir noch anschauen. Ich glaube, Twitch ist besser das Plattform. Einfach von der Reichweite her und vom Entdecken und so. Aber ich weiß auch natürlich, dass viele Leute das gar nicht schauen werden, dass ich dann wieder ein bisschen frustriert bin. Also es ist ein bisschen zwiegespalten. Aber ich habe auf jeden Fall Pläne fürs nächste Jahr, auch was YouTube betrifft, was entsprechend eben Streaming betrifft. Ich möchte eben Simracing unbedingt ein bisschen was machen. Ich muss mir noch einfinden, wie ich das am besten mache. So ein bisschen kompetitiv natürlich. Ich hätte gerne am besten so eine Art Liga, wo ich einfach einsteigen kann, mitfahren kann mit meinen Leuten in meiner Klasse. Also wie es zum Beispiel ein Gran Turismo macht, wo du ja entsprechend Matchmaking hast bei den Daily Races. Sowas in die Richtung hätte ich gerne bei einer Masetta Corsa Competizione zum Beispiel. Oder sowas in die Richtung. Aber da muss ich mal schauen, ob es vielleicht sowas nicht in die Richtung gibt. Wo man sich dann nicht was organisieren kann. Da hätte ich nämlich richtig Bock drauf. Und da würde ich euch auch gerne ein bisschen mitnehmen, sag ich mal, zu diesem ganzen Simracing Journey. Irgendwie in die Richtung. Aber da muss ich auch noch schauen, wie ich das alles unter den Hut bekomme. Wie ich auch die Zeit bekomme. Weil gerade das ist ein Hobby, das glaube ich sehr viel Zeit braucht, um entsprechend einfach zu üben, zu üben, zu üben. Und das ist halt das Thema. Und ja, die Zeit muss man auch dafür aufwenden wollen. Gut, so viel zu dem Jahr. Wie gesagt, vieles nicht passiert irgendwie gefühlt, weil die Zeit einfach unfassbar schnell vorbei rast. Und vor allem natürlich auch entsprechend mit einem Kumpelzock, das richtig Spaß macht, dann vergeht die Zeit sowieso schnell. Dann findet man auch irgendwie nicht so die Zeit für entsprechendes YouTube-Videos machen oder ähnliches. Entsprechend ja, ich hätte gerne mehr gemacht. Ich bin ehrlich, auch was das Thema YouTube einfach betrifft. Aber es soll halt irgendwie nicht sein. Ich finde trotzdem cool, dass ein paar von euch noch da sind nach all den Jahren. Weil ich weiß, manche Leute schauen mich jetzt schon eine Ewigkeit, sage ich mal. Den Kanal gibt es jetzt auch schon seit, ich glaube, fast 13 Jahren in die Richtung. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht oder sind es 11 Jahre? Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall schon lange YouTube. So kann man es auf jeden Fall, glaube ich, zusammenfassen. Und entsprechend finde ich es cool, dass ein paar Leute immer noch da sind, auch von früher noch, dass euch auch immer wieder neue Leute dazu finden, die gerne mal kommentieren oder ähnliches. Das freut mich auf jeden Fall. Und ich hoffe, das können wir nächstes Jahr ein bisschen ausbauen. Auch, wie gesagt, vielleicht mit Streaming, dass man die Interaktion auch mit euch, dass ich die auch ein bisschen besser gestalten kann. Weil das ist halt so ein Thema. Auf YouTube kannst du halt nicht immer direkt reagieren. Und im Stream kannst du sofort auf Sachen reagieren. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und man könnte eben auch die Chance nutzen, um Spiele endlich abzuarbeiten, die ich schon lange auf meiner Liste habe, zum Erledigen. Gut, dann soll es das gewesen sein mit meinem Jahresrückblick für Jahr 2022. Sie können mir gerne in den Kommentaren schreiben, was so eure Highlights waren dieses Jahr. Ob ihr euch auch ein bisschen ablenken konntet. Und wie gesagt, es ist viel passiert in der Welt und ich weiß, viele Leute sind sich nicht sicher, wie es weitergeht mit dem ganzen Thema, mit den Kosten und so weiter. Ich weiß, betrifft mich natürlich auch, bin ich ehrlich. Es nimmt einen halt trotzdem mit, wenn man auch die Bilder sieht, was so abgeht auf der Welt oder was gerade eben in der Ukraine abgeht. Und das ist halt schon echt heftig, muss ich sagen. Und es ist zwar irgendwie blöd, wenn man sagt, man möchte sich davon ablenken und man möchte das Leid ausblenden. Weil irgendwie gehört es natürlich dazu, dass man auch mitbekommt, was passiert. Aber natürlich braucht man auch für die eigene Psyche. Und vor allem die letzten Jahre waren so heftig, glaube ich, bei vielen Leuten, was das psychische Gesundheit betrifft. Weil man einfach, ja, durch dieses ganze Lockdown, durch dieses ganze Corona-Thema, durch das Abstandhalten und so weiter. Durch das vielleicht auch, dass man dadurch Freundschaften kaputt gegangen sind oder ähnliches. Oder vielleicht auch, dass man Leute verloren hat. Dass man entsprechend natürlich da ein bisschen auch für das eigene Kopf, dass man da entsprechend ein bisschen frei bekommt mit Alternativen. Deswegen ist es, glaube ich, immer gut, dass es auch so viele Unterhaltungssachen gibt. Dass es auch so viele Leute gibt, die eben so kreative, coole Sachen machen. Wie eben ein Tool in Bam oder sowas in die Richtung. Das finde ich immer cool und ich glaube, das braucht man auch zwischendurch. Deswegen kann man da auch durchaus getrost drüber reden. Also gerne eure Highlights in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten wünsche ich euch an der Stelle auf jeden Fall einen guten Rutsch und ein frohes Neues. Weil ich glaube, dazwischen geht sich jetzt gar kein Video mehr aus. Also entsprechend wird das wahrscheinlich das letzte Video des Jahres auf meinem Kanal sein. Und hoffentlich geht es dann nächstes Jahr weiter. Versprechen kann ich nichts, wie immer. Gut, danke der Stelle fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao.